Viele sagen ja, das ist so kompliziert, so schwer, sie kommen damit nicht zurecht, aber ich bin damit sehr gut klargekommen, ich habe einfach das umgesetzt, was mir gesagt wurde und es hat auch funktioniert, also es war wirklich sehr easy, einfach nicht viel nachdenken, einfach machen. So, herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem weiteren YouTube-Video. Heute aber zum ersten Mal nur mit mir ganz alleine, das ist jetzt meine erste Folge ganz alleine auf diesem YouTube-Kanal. Ja, heute soll es ein bisschen darum gehen, wie mein Werdegang aussah vom gesamten Vertrieb, also was ich davor gemacht habe, was ich im Werdegang gemacht habe und was ich jetzt mache, also ein bisschen auch so zu einem Vergleich, nehme ich euch einfach mal ein bisschen mit. Ich habe damals schon mit sehr jungen Jahren versucht, Fitness- und Ernährungspläne zu verkaufen, da war ich noch in der Schule damals, war auch dann noch minderjährig, hat semi-gut funktioniert, sage ich mal, ich habe da ein paar hundert Euro verdient in ein paar Wochen, also das war ein bisschen ein kleiner Erfolg zu Beginn, auf jeden Fall schon, bin dann langsam aber sicher sehr, sehr schnell zum Affiliate-Marketing gekommen. Ich habe damals mit dem Affiliate-Marketing gestartet, habe Online-Kurse, Online-Produkte von anderen Leuten verkauft und dafür eben auch eine Provision bekommen, die war damals auch sehr gut eigentlich, also die Prozentsatz, der Prozentsatz war sehr, sehr gut und so hat das Ganze angefangen. Ich habe mir dann einen Instagram-Account aufgebaut, wie man es ja so kennt, dann darüber über die Storys, über den Bio-Link, über Content, irgendwie einfach versucht, diese Produkte an den Mann zu bekommen. Hat schon besser funktioniert, als das mit den Ernährungsplänen. Ich habe damals so um die, ja, 2.000, 3.000 Euro Umsatz gemacht, in so circa zwei Monaten, wie ich das gemacht habe. Dann habe ich das schon wieder eingestampft, da hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf und bin dann ein bisschen wieder abgedriftet. Ich habe mir dann immer wieder neue Sachen gesucht, wie ich jetzt eigentlich Geld verdienen kann, wie ich das jetzt eigentlich wieder auf Vordermann bringen kann. Und genau zu dieser Findungsphase hat mich dann jemand angeschrieben über Instagram. Und zwar war das der gute alte Marvin. Ich bin sicher, ihr kennt ihn jetzt mittlerweile auch schon. Mit Marvin bin ich dann in Kontakt gekommen, habe immer wieder mal Calls zusammen mit ihm gemacht, dann gemeinsam auch hin und wieder mal ein paar Projekte aufgezogen, haben Instagram-Seiten aufgebaut, haben Content teilweise auch verkauft, haben andere Produkte noch zusammen verkauft und haben uns einfach so langsam herangetastet an dieses Verkaufen, an diesen Vertrieb, dass wir das selbst auch wirklich für uns lernen und dann natürlich auch dementsprechend für größere Projekte, die wir dann zukünftig auch noch aufbauen wollten, dann wieder für uns verwenden können. Und dann ging es langsam los mit Everlast. Ich war einer der ersten Vertriebe, der bei Everlast mit dabei war. Zu Beginn habe ich nur das Thema Chats, Akquise, Erstnachrichten übernommen, also wirklich die Erstgesprächsterminierung und bin dann sehr lange in diesem Flow drinnen gewesen, sag ich mal. Ich muss sagen, es war nicht wirklich hart für mich. Also viele jammern ja beim Thema Akquise, viele sagen ja, das ist so kompliziert, so schwer, sie kommen damit nicht zurecht, aber ich bin damit sehr gut klargekommen. Ich habe einfach das umgesetzt, was mir gesagt wurde und es hat auch funktioniert. Also es war wirklich sehr easy, einfach nicht viel nachdenken, einfach machen. Und ja, es hat sich in der Zeit einiges verändert, auch von der Persönlichkeit her, sag ich jetzt mal, von der Persönlichkeitsentwicklung. Du kennst oder du lernst dadurch sehr, sehr viele neue Leute kennen. Auch wenn es jetzt nicht mal direkte Gespräche sind, alleine nur im Chat, du unterhältst dich mit den Leuten, du findest heraus, wo es zum Beispiel gerade Probleme gibt am Markt, was gerade der größte Pain ist der Leute, was die größten Ziele sind der Leute. Und daraufhin lernst du natürlich auch den Markt kennen und verstehst diese ganze Materie langsam, aber sicher immer mehr. Nach circa fünf Monaten Akquise habe ich dann gestartet mit der wirklichen Gesprächsführung, also wirklich die Erstgespräche, die Zweitgespräche. Bin dann sehr, sehr schnell reingekommen in das Thema, habe auch eigentlich direkt gleich meine ersten Umsätze, meine ersten Abschlüsse gemacht, damals noch so für 15, 20.000 Euro teilweise sogar auch. Und habe dann auch relativ schnell, relativ gut verdient, wenn du erstmal drinnen bist in diesem Setting und diesem Closing im Endeffekt auch. Ich war zu dieser Zeit noch in einer Ausbildung. Generell die gesamte Zeit, die bei mir begonnen hat mit Everlast, war ich immer in einer Ausbildung. Habe die dann zu dieser Zeit auch gekündigt. Das war im Mai 2022, um genau zu sein, mit den ganzen Fristen und Kündigungszeiten, die du da ja dann immer mit dabei hast, war ich dann wirklich letztendlich September 2022 endgültig raus. Also ich glaube, 2. September kann ich mich noch genauer erinnern, da war mein letzter Arbeitstag, das war auch ein Freitag. Und dann direkt die Woche drauf, Montag, ging es voll ab. Da war der Kalender offen, nicht nur von 17 Uhr bis 23 Uhr am Abend, sondern auch von 8 Uhr bis 23 Uhr am Abend. Also da habe ich viel mehr Schlagzahl bringen können. Natürlich kommst du da auch noch in den viel besseren Flow hinein, der im Endeffekt dadurch auch stattfindet, weil du viel mehr machst von diesen Themen. Und ja, da hatte ich auch eine sehr, sehr starke und intensive Schulung vom Stevo persönlich. Ich habe mich, ich glaube sogar teilweise 3-4 Mal die Woche zu dieser Zeit mit ihm zusammengesetzt. Wir haben alle möglichen Dinge gerollplayt, ausgearbeitet, geübt, von Gesprächsführungen bis hin zu Einwandbehandlungstaktiken, bis hin zu perfekten Angebotspräsentationen. Alles, Verkaufspsychologie, alles, was er einfach nur auf Lager hatte, hat er mir versucht mitzugeben, das eine ist mal besser angekommen, das andere mal schlechter, das eine konnte ich besser umsetzen, das andere mal schlechter. Aber ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile für mich schon sehr, sehr guten Weg gefunden. Dann hat es eine weitere krasse Transformation oder Verwandlung gegeben. Ich habe damals in meinem letzten Monat der Ausbildung, wo eben der letzte Monat der Kündigungsfrist noch war, auch meinen ersten sechsstelligen Monatsumsatz erzielt, neben einem 40-Stunden-Job. Ich habe versucht, was geht, ich habe alles gegeben, dass ich wirklich auf diesen sechsstelligen Monatsumsatz komme. Und ich kann mich noch erinnern, das wäre es gestern gewesen, am 31. August, am letzten Tag, auf den letzten Schlag, habe ich noch am Abend relativ spät, ich glaube so 1, 22 Uhr, mein letztes Verkaufsgespräch gehabt. Und ich habe gewusst, wenn ich dieses Verkaufsgespräch nicht verwandle, dann wird es nichts mit diesem sechsstelligen Umsatz. So nah war ich noch nie dran. Hat dann auch geklappt, konnte ich abschließen und war dann, ich glaube, final bei 104.000 und noch mal ein paar Zergrätschte, die ich dann auch wirklich umsetzen konnte, neben einer Vollzeitanstellung. Dann ging es weiter. Ich habe mich dann relativ schnell auch mit dem Thema Auswanderung beschäftigt. Ich habe mich dann informiert über verschiedene Länder, über verschiedene Städte und bin dann auch, so wie meine Geschäftspartner, auf das Land Zypern gekommen. War dann auch ein paar Mal dort zu Besuch, habe mir das alles angesehen. Und so wie ich es mir auch im Vorhinein gedacht habe, wollte ich dann eigentlich gar nicht mehr zurück. Ich habe mich dann auch wirklich zu diesem Schritt entschlossen, dass ich auswandern werde. Das war dann zum neuen Jahr 2023, Startneues Jahr 2023. Da ging dann wieder mein Flug nach Zypern. Alles in Österreich, also ich bin ursprünglich von Österreich, alles in Österreich abgemeldet. Wohnung, ganz andere Sachen, Auto und alles, was da eben noch dazugehört. Und mich voll auf Zypern committed. Bin jetzt hier seit Anfang diesen Jahres, also jetzt ziemlich genau sechs Monate, und habe hier alles herverlegt. Firmensitz, Wohnsitz, alles drum und dran läuft jetzt über Zypern. Und da bin ich sehr, sehr happy darüber. Ich bin trotzdem auch noch regelmäßig in meiner Heimat. Also so ist es nicht. Ich sage jetzt nicht, dass ich endgültig hier bleiben werde. Ich bin jetzt definitiv mal die nächsten Jahre hier. Schauen wir mal, wo der Weg dann auch hinkommen wird. Bin auch ein, zwei, vielleicht auch hin und wieder mal drei Monate im Jahr in Österreich. Familie, Freunde besuchen. Also overall kann ich jetzt sagen, die letzten Entscheidungen, die ich getroffen habe, die letzten Wochen, Monate und teilweise auch Jahre, waren zu 100 Prozent die richtigen. Also zum Ersten kann ich sagen, dass man von Everlast wirklich wie auf Händen getragen wird, sage ich jetzt mal. Es ist immer einer für jemanden da. Es ist ein richtiges, familiäres Klima. Nicht nur zu Beginn, um einen guten Eindruck zu machen, sondern jetzt, ich bin eineinhalb Jahre mit dabei jetzt mittlerweile. Ich kann es auch jetzt noch bestätigen, dass es immer noch so ist. Wir verstehen uns privat, alles super, quer durch die Mitarbeiter, durch das Vertriebsteam durch. Passt alles wirklich super, wie eine große Familie, eine große Everlast-Familie, kann man sagen. Zum Zweiten finde ich mega, dass mir das hier alles ermöglicht wird und dass auch diese Wertschätzung da ist. Sie sehen, ich bringe gute Leistung und deswegen darf ich auch hier, wie man es hier gerade sieht, in einer großen Villa mit Pool, mit Meerblick, im Hintergrund leben und das Ganze auch noch for free. Zudem werden auch immer regelmäßig Yacht-Events organisiert, Incentives, ganz egal was, Jetski fahren gehen wir immer. Jetzt am Freitag machen wir zum Beispiel auch eine Quad-Tour. Es ist immer actionlos. Es ist immer irgendwas los. Und das ist das, was mir an Everlast wirklich so richtig gut gefällt. Und zum Fazit kann ich jetzt wirklich nochmal sagen, Falls du da draußen jetzt zusiehst und dir denkst, du willst auch im Vertrieb starten, möchtest das Ganze mal ausprobieren, egal ob du nebenberuflich das Ganze auch erst starten könntest und auch nur die Möglichkeit dazu hast, ich habe es ja auch gemacht und hat sehr, sehr gut funktioniert, das kann ich so an der Stelle auch nochmal bestätigen, dann denke ich, dass du clever genug bist und weißt, wie du auf uns zukommen kannst und wie du dich bei uns melden kannst. So, falls dir dieses Video jetzt gefallen hat, dann würden wir uns alle wirklich sehr über ein Like freuen. Schreib gerne deine Fragen in die Kommentare zum Vertrieb, zu anderen Sachen, ganz egal was. Ich werde persönlich die Kommentare durchchecken und wirklich jede einzelne Frage beantworten. Lass auch gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, wenn du in Zukunft weiterhin solche Videos sehen möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir sonnige Grüße aus Zypern.